Hey Leute und herzlich willkommen auf dem PlayerSharp-Channel, ich bin euer Silphi und bevor jeder von euch lübbeln anfängt, Tank-Gang-Playing in fucking Ranked-Games zu spielen, müssen wir einmal kurz darüber reden. Jeder von euch hat das wahrscheinlich mitbekommen, aber mittlerweile ist Gang-Playing vor einem Crypt-Monster zu einem, kann man Tank-Monster sagen? Ich glaube, er ist zum Tank-Monster geworden und ich wollte einfach mal kurz meinen Senf dazu ablassen zu diesem ganzen Thema. So, bevor wir das tun, schauen wir uns erstmal sein Crit-Item-Bild an. Es besteht aus einer Infinity-Edge, einem Phantom-Dancer, Trinity Force, irgendwelchen Schuhen, Sterex und einem Last Whisper. Natürlich ist das Ganze auch nicht in dieser Reihenfolge zu kaufen. Man kann auch alternativ die Schuhe rauslassen für ein zweites Crit-Item. Durch die Trinity plus den Phantom-Dancer könnte man sich auch noch ein Static-Shift dazukaufen, um die Movement-Speed auszugleichen, wodurch man dann auch nochmal mehr Crit bekommt, was dem Random-Faktor eines Crites etwas weiter weg macht und die Qs aus dem Gegner können ebenfalls das Static-Shift proggen für etwas mehr AOE-Damage. Der ganze Spaß kostet auf dem jetzigen Patch, welcher 7.9 ist, 15.933 Gold, also ohne das Static-Shift. Und ja Leute, auch wenn das Sterex auf dem Bild nicht mehr das effizienteste Item ist, hat man es sich auf 7.8 immer geholt und deswegen ist es hier jetzt auch erstmal nochmal mit dabei. Schauen wir uns mal das neue Tank-Pank-Bild an. Es besteht aus einer Trinity Force, Titanic Hydra, Sterex, Phantom Dancer, Death Stance und irgendwelchen Schuhen. Das Ganze kostet 3433 Gold, ebenfalls auf dem 7.9er Patch. So, jetzt wo wir die Items haben, schauen wir uns auch nochmal die Funktionalität der Builds an. Das Crit-Bild ist an sich selbst erklärend, dazu muss ich denke ich mal nicht viel sagen. Ihr drückt Q, ihr critet, ihr macht Damage. Der Tank-Pank funktioniert da aber etwas anders. Das offensichtliche ist hier die 3-Item-Synergy aus Trinity, Sterex und der Titanic Hydra. Sterex erhöht eure Base-Damage, wodurch eure Trinity skaliert, ist halt super nice. Sterex ist auch das einzige Item, welches eure Base-AD verstärkt und der Schieneffekt skaliert halt von der Base-AD. Leider aufgrund der jetzigen Patches skaliert der Schild von Sterex mit Bonus-HP und nicht mehr mit der Max-HP und da kommt die Titanic ins Spiel. Es gibt euch nicht besonders viel AD, offensichtlich, aber es hat eigentlich einen relativ soliden AD-Wert. Aber das Schild vom Sterex, so wie die Titanic selber profitieren von dem ganzen Leben, das ihr bekommt. Und euer Q gibt euch ebenfalls ein On-Hit-Damage. Die anderen Items sind ja auch eher so Anhängsel, aber diese 3 Items, also Trinity, Sterex und die Titanic Hydra sind das Korbel. Und jetzt kommen auch nochmal einige kleine Probleme mit ins Spiel rein. So Leute, ich habe es im Practice-Mode getestet. Im Voraus hinweg, der Titanic-On-Hit-Damage verstärkt nicht euren Barrel-Damage. Ihr könnt zwar die Titanic mit eurem Q proggen, aber Titanic macht ja keinen direkten On-Hit-Damage, wie zum Beispiel an Sheen, sondern es löst einen Flächenschaden aus. Das heißt, Barrels profitieren null davon. Und wie es das Bild schon selber sagt, ist es auch eher ein Tank-Pank-Bild. Das heißt, euer Damage wird eher runtergehen. Es ist kein Hard-Carry-Gangplaying mehr. Ich habe mal einen Damage-Test gemacht auf die Barrels im Practice-Mode. Das ist einfach nur eine Q auf die Barrel gemacht und nicht auf die Dummies. Also keine Barrel-Kombo auf ein Dummy, weil der Last Whisper im Crit-Bild etwas ausgerastet wäre. Aber schauen wir uns mal die Damage-Werte an. 738 Damage auf eine Barrel mit Tank-Planck. 1058Q Crit-Damage auf eine Barrel als Tank-Planck. Schauen wir uns mal die Crit-Planck an. 743 Damage auf eine Barrel als Crit-Planck. 1231Q Crit auf eine Barrel als Crit-Planck. Auch wenn das Crit-Bild nur 173 Damage mehr gemacht hat, also wenn wir jetzt beide Crits miteinander vergleichen, gibt es zwei Sachen, die wir beachten sollten. Erstens, sollte eine Barrel-Kombo ein Tank treffen, kommt er viel mehr Damage durch. Nicht nur, weil wir einen Last Whisper haben, der Armor penetriert, sondern auch, weil wir die prozentuale Damage-Erhöhung haben auf Zielen, welche mehr HP haben als wir. Zweitens, GA wurde verändert. Das heißt, AD-Carries könnten sich das Item häufiger kaufen, was es uns erlaubt, mehr Nutzen aus dem Last Whisper zu ziehen, auch gegen Carries. Weil man muss ja auch anmerken, ein Mitländer hat normal für einen Hourglass, welches offensichtlich Armor hat. Und jetzt haben auch AD-Carries höchstwahrscheinlich einen GA, wodurch wir einfach nochmal etwas mehr Damage rausholen können als ein Tank-Planck. Aber die wichtige Frage, die ihr euch jetzt stellt, Leute. Siffy, welches Tank-Planck-Bild soll ich jetzt geben? Was los? Das ist eigentlich auch ganz leicht erklärt, Leute. Der Crit-Planck hat drei Schwächen. Erstens, das Bild ist sauteuer. Es kostet 2000 Gold mehr als der Tank-Planck-Bild ohne das Static-Schiff. Muss man sagen, es ist verdammt teuer. Zweitens, man braucht erstmal die Crit-Items zusammen, damit es wirklich sehr effizient ist. Und dann braucht man auch noch Lack, dass ein Crit durchkommt. Selbst in der Standard-Version hat man nur 50% Crit mit dabei. Das heißt also, wir müssen nicht nur eine Barrel treffen, also wir müssen nicht nur eine Kommo durchbekommen, sondern wir müssen auch nochmal zu RNGs beten, dass wir wirklich Critten. Und drittens, man ist jetzt momentan squishy wie Sau. Das D-Rax ist als Schild nicht mehr ganz so effektiv wie vorher. Das heißt, Crit-Gank-Planck ist jetzt mehr oder weniger ein Opfer. Aber sollten wir auf das Hard-Carry-Potenzial schauen, ist der Crit-Planck einfach überlegen. Natürlich auch mit dem dementsprechenden Risiko. Crit-Planck haut einfach straight up mehr Damage raus und dann könnt ihr auch mit einer Barrel-Kombone den ganzen Teamfight carryen. Der Tank-Planck hat die Vorteile, dass er consistent as fuck ist. Das heißt, er wird das, was er macht, immer machen. Von Anfang bis Ende. Der Schaden ist konstant, die Tankiness ist konstant, die Orange frisst er und dann ist er auch konstant. Der Tank-Planck ist die sichere Gang-Planck-Variante. Er ist zwar kein direkter Hard-Cherry wie der Crit-Gank-Planck, aber er bringt auch nicht wirklich negative Seiten mit sich. Du verkackst da der Barrel-Kombo? Kein Problem, lauf einfach in die Gegner rein als Tank-Planck und autotag ihn für 5 Jahre. Ist eine Orange und alles ist K. Du willst aber deinen Montage-Torbito-Flappaccino-Moment erleben? Dann setz die Segel-Boys. Es geht ab nach Crit-Planck-Hausen. Aber ja, Leute, das hier war mein Feedback zu diesem Gang-Planck-Thema. Stimmt ihr den Ganzen zu? Oder habt ihr eine andere Meinung als ich? Einfach ab in die Kommentare rein. Ich bin aber auch erstmal weg, Leute. Tschüss, tschüss, hau dir rein und gut luck beim Kleipen. Tschüss, 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 tschüss.